jetzt geht's los äh wird sich nochmal neu aufnehmen nein das muss am Anfang ja aber du hast gerade wir warten noch ein bisschen das schneide ich sowieso raus das hat noch keiner warum warum weiß nicht guck mal ich weiß egal ich glaube sie kriegen das heute zu Ende kannst du nicht die Brüche töten das ist unverwohnt weil es geist es geist weißbrot und wie waren das die letzte vom Abonnenten ich hab nur Hormone es war einfach Spocken das war einfach so ich hab gar nicht gecheckt erst nach der Aufnahme hab ich gedacht warte haben wir nicht darüber heute irgendwie geredet hab ich gedacht oh scheiße da haben sie wieder gewonnen ehrlich war auf deiner Seite was ich war auf deiner Seite oh ähm 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 ich glaube ich hab die Idee ne ein bisschen komisch aus was soll das anzünden ja wie saß er aus was hab ich machen kann verdammt doch nicht was ich umsonst egal wer lacht die ganze Saison sueuss nicht ö飛 ö ke noun hhöhöhöhöhö lacked info abonnenten es wäre sowieso bald noch äh äh ich habe Kommentare ich echt so Vorschläge bekommt die Diskussion äh äh hat der spagat gemacht ja nichts zwischen der hose ja komm rein wir hätten damit rausbekommen nein oder ich glaube leben werden noch scheiß auf das leben wir müssen ja die münzen holen da kommt zur anderen seite da war schon irgendwie so aus okay bloß block zerstellen du hast immer so viel zeit ja ich mache dass sie denn hier so sei riskant sei wie gotham ich bin riskant macht mehr spaß warte mal du musst deine münze sein oder so oder da oben man sie kommen erst mal was eine münze das ist die erste was soll ich hab Angst er saugt gerne der saugt der saugt das sind platzen die fans wird sie noch machen doch jetzt nicht mehr es hat aufgehört man muss gerade die flasche er saugt gerne er saugt gerne hast du gerade die münzen da vorne weg gemacht sondern ich verstehe es nicht den zweck dieser geistern weil du nicht davon fett und rund ach so ich kann auch nicht springen nein das ist ein mundgeruch der sich anzieht geschafft die zweite dritte die zweite münze geholt jetzt einfach durchgehen er merkt die jungs und dann sind die durchdacht ich wusste ich wusste kam es nicht von da hast du nur ein anderer ok da musst du durch die tür gehen soll ich vielleicht durch die tür okay du musst vielleicht glaube ich durch die zweite tür also durch die jetzt oder die die untere die untere aber so kann ich euch nicht dann auch so lange dass sie jetzt ich hoffe mal weil man hat eine falle meint jeder typ mal da kannst du da hoch ich glaube nicht wie denn da haben wir gar nicht darauf die zeit gehabt ja warte die münze ist da rechts ja ich kann doch nicht hoch stimmt das braucht man dafür dann die münze da wir empfehlen uns später wir müssen sowieso am ende entdeck alle münzen holen wie soll man da hochkommen durch den pustetings wie sollst du durch den pustetings zu schaffen du weißt deine zeit drei versprungen zu machen die pusten pusten die pusten die saugen ja die saugen die saugen die saugen warte die obere wird haben wir zurück die welt haben wir doch gar nicht gemacht wenn ich da hochkommt du kannst ach so ach so hey ich hab gerade gesagt ich wollte dich gerade dafür quatschen geh weg riesenpilz ja der bosse ist sowieso dran speichern hier ich denke wir sind die einzigen sowas egal ist es nicht verkehrt das ist schlau es ist witzig ich hoffe was witzig ist die bosse haben wir echt keine chance ich stelle vor irgendwas kommt dann aber mein erzbeind das ist echt so ich glaube es ist ein fehler das handy klingeln was wollen wir jetzt machen einfach weitermachen wenn da irgendein kratzt wenn man so ein komisches geräusch hört wo ich lieber nicht mit nein komm dass du schon aufgehört so bist du ok ok mach jetzt wartet ein bisschen ok weiter gehts komm du musst aufbind sag ich dir wenn wir nachdem wenn ihr das bearbeiten dann zeige ich dir warum die grund des aus dem des stillen seins schon krass aus dem körperlicher sich und das ist unfähig du kommst du eine kleine furze raus lass es noch es kommt dein erzbeind jetzt gar nicht mal erzbeind ok guck mal es meint du kannst du mal du kannst nichts mehr bei ihm machen was gesagt erzbeind erzbeind aber ich habe man braucht man braucht den micro deswegen wir haben schon für später und wo rein hat er kommt man muss sich töten bis in seiner tot mit dem micrisch ach okay kannst du ja oben und unten rechts das bieter er war mal jetzt oder kein micr der micr kommt aus dem roten da ach so darauf habe ich gar nicht geachtet das sind die nervte der stirbst du mach so weiter bitte machen nein nein bei meinem glück sterbe ich 100 pro das ist eins aus wie gleich gestern würde auf hier da so wie bist du keine münze gefunden da leider diese gefunden eine oder ex nein Nein! Ich hab den kriegst auch sonst. Ja doch. Du warst grad so gut, ne ehrlich, weil ich hatte grad so Respekt vor dir. Du hast... Du Hund! Alter, das war jetzt unnötig, dieses Kommentar. Warte, ich fühle mich von uns sicher, wenn ich... Ich hatte grad so viel Respekt vor dir, aber jetzt... Du Hund! Ich glaub, dieses Kommentar wird es noch leiden. Durch irgendeinen Gumba. Wieso kann der überleben? Und... So. Was soll ich jetzt machen? So. Oh! Egal, den Bruch einfach nicht. Was hier hast du? Zweite? Was die erste? Ja. Das kann auch so noch passieren. Oh, egal. Ja. Ich hab' erst gesehen, dass ich was auf konnte. Ah, wir scheitern bei Koopas. Nicht furzen. Ich mach' nicht furzen. Du dumme. Hör auf damit! Ob ich's benutzt habe? Das ist ein Problem. Ist doch so. Oh! 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 Ist ja nicht zurückgekommen! Oh! 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 beschissen knapp mal ich komme ich gehe aus reflexe okay das kannst du so okay dann muss auf die plattform landen über die plattform auf die plattform das machte einzelne was machte einzelne kuppe da denn denn ich habe nicht müssen echt dass sie schafft das jetzt muss alle zonen alle münzen und die endpost jetzt heute wieso man muss nach hause später okay 20 uhr wo die gold gleich brauchst du sowieso erst mal dass sie noch und dann noch ruhig ich muss gleich nachgucken wie weit sieben geht er muss noch gut hier wie viel soll ich holen oder wie viel hoch wenn ich holen 3 ich habe mehr okay er sagte präzise gesagt okay ich sagte 5 okay und doch noch das ist und gesagt ich habe ich die ganze nicht nur ein egal jetzt habe ich acht stück holt oder sie ich kann durch die wende bonbon gewonnen markt die fischer so glückst du dir explodiert doch jetzt nicht oder das ist die kinderfreunde der grafik der ist alles dass er nur schwarze ich nicht dass ich mir eine frage die steppe jetzt im abonnenten weiß ich muss es ist es größer gar nichts also die nicht nehmen oder so die ganze familie ausgerottet irgendwie denke ich brauchte noch irgendwann irgendwann kleiner zugrunde das ist ja so sind wir gestrickter ob du hier sind was nein ist aber da kommt jetzt ich verstehe es immer noch wie hast du es geschafft einfach so bei ich weiß auch nicht wie ich es gemacht habe ich habe ich gehofft das war hallo was das problem ist die man muss extra hoch gehen um diesen zeitpunkt zu erreichen vielleicht mal links gemacht links doch da ist gleich eine münze da hast du was egal der stürmer hat man kann es sein dass es irgendwie spezielle worte sind so vor sich aber alles kommen machen aber soll ich das recht oder es allerdings jetzt kaputt machen das ist zwar egal du hast es falsch hingelegt das war das problem das falsch hingelegt muss wieder zurück damit die bombe wieder zurück die kommt nicht mehr so die kommt macht begibt mir wenn er mich noch hier guck ich sehe ich gehe nach hinten immer ich will ja eine bombe achte man schon jetzt geht zurück geht zurück jetzt wieder zurück wieder dahin da ist doch einfach da ganz normal hinlegen war doch weiß weiß ich muss es erst mal hinnehmen nach so loslassen und so es dauert es siehst du was sie gesagt hat hat funktioniert was ja nicht glauben nur ein guter möglichen die betroffen kann man da runter geht ja ich muss das ich wusste da kann man darunter gehen bei diesen blöcken darf ich gehe da nicht jetzt noch und okay wie soll man ach so ich glaube das geht kaputt diese dinge hier wenn ich glaube muss die bombe perfekt treffen damit das ein loch kommt ja stimmt stimmt du musst die bombe treffen okay jetzt scheiße gleich 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 okay geschafft glaubst du wirklich jetzt geht es geht es geht es geht es geht es nicht mit vertrauen was das war nicht mit das hat er nicht mit vertrauen gezogen da hatte man ich verstehe es nicht ich verstehe ich verstehe es nicht wir haben eine ausrede ich habe auch ausreden warum so wenige ich habe das war nur glück das und das gilt sage ich mal das hat jetzt die geplant ist und das war alles geplant dass das so hin und vergehen kann du kannst nichts anderes sagen dazu nein wenn ob man die frage hast du es berechnet wie viele um du wie lange da bleiben muss ich bin ich ein schlechter player wieder alle denken gar nicht gesagt die meisten decken das sollst das kaputt machen ich höre verdammt kommt der lücke opferlich kommt bleibt da drin nein jetzt glaube ich ja jetzt muss jetzt habe ich ehrlich ist nicht mal richtig okay nicht wie ich immer gut spielen ich habe mal gesehen bei mir so ist viel besser aus als bei dir ich habe alles ich habe das alles gesagt wartet hatte was ich guck kurz kunden auch gesagt